Ho, 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 liebe Blubberfreunde! Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Liebe und ich möchte euch heute die Möglichkeit geben, Liebe zu verschenken. Okay, das klang jetzt so ein kleines bisschen merkwürdig. Natürlich möchte ich euch nicht die Möglichkeit geben, Liebe zu verschenken, denn das könnt ihr ganz alleine, dafür braucht ihr mich gar nicht. Ich gebe euch zusammen mit dem Autor Thomas Thiemeyer die Möglichkeit, Bücher zu verschenken. Die Bücher sind in diesem Fall nämlich nicht für euch, sondern für euren Lieblingsblogger oder eure Lieblingsbloggerin, euren Lieblingsvlogger oder Lieblingsvloggerin. Es handelt sich hierbei, ihr habt es vielleicht im Hintergrund schon so ein kleines bisschen entdeckt, um die komplette, das verbotene Eden-Trilogie von Thomas Thiemeyer. Hier oben seht ihr noch die alte Aufmachung. Ich hole mal Band 1 zu euch herunter. So, die Trilogie ist damals beim Pan-Verlag erschienen. Das ist das Imprint von Drömer Knauer gewesen. Gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Also Band 1 ist es noch beim Pan erschienen und ich glaube 2 und 3, ja 2 und 3 dann schon im Knauer Verlag. Und ja, nun ist die komplette Trilogie erschienen. Und der Knauer Verlag hat sich überlegt, überarbeiten wir die ganze Reihe nochmal optisch, damit sie wieder besser zusammenpasst und nicht hier verschiedene Logos drauf hat. Und hat sie jetzt neu im Taschenbuch rausgegeben. Auch hier mag ich euch mal die Bücher zeigen. Und das ist schon ein Unterschied, oder? Ich bin absolut begeistert von dieser tollen Aufmachung. Es funkelt, es schimmert. Hat so ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit Panem, oder? Hier, dieses Logo hier, dieser Feuervogel schon fast. Richtig, richtig schön gemacht. Und schaut mal. Auch das ist wunderschön gemacht. Denn alle 3 Bände sind von Thomas Thiemeyer signiert. Deswegen ist diese Trilogie ein komplett nochmal viel besondereres Geschenk, mit dem ihr eurem Lieblingsblogger oder eurer Lieblingsbloggerin eine große Freude machen könnt. Am Jahresende ist es ja doch immer so, dass man einen Blick zurückwirft auf die vergangenen Monate und ja, auch vielleicht ein bisschen emotionaler wird. Und diesen Schwung, diese Emotionalität, diese Gedanken, die möchte ich jetzt hier von euch abgreifen und euch die Möglichkeit geben, euch bei euren Lieblingsbloggern, Lieblingsvloggern zu bedanken. Wie ihr jetzt diese komplette Trilogie, also Band 1, Band 2 und Band 3 der neuen Ausgabe von Das verbotene Eden von Thomas Thiemeyer gewinnen könnt, das erfahrt ihr, wenn ihr einmal ein Stückchen nach unten scrollt. Jetzt rutsche ich wahrscheinlich ein bisschen nach oben, ihr seht mich jetzt nicht mehr. Unter diesem Video ist die Infobox. Die öffnet ihr jetzt einmal und dort findet ihr den Link zu meinem Blog. Eventuell seid ihr auch schon direkt auf meinem Blog und guckt das Video da an, dann überspringt ihr diesen Schritt. Auf jeden Fall, wenn ihr bei YouTube seid, klickt auf diesen Link und ihr wechselt jetzt quasi zu meinem Blog. Es öffnet sich der Link hoffentlich in einem neuen Fenster, sodass ich jetzt nicht weg bin, sondern parallel dazu weiterlaufe. Ihr findet jetzt einen Blogbeitrag und darunter dürft ihr kommentieren. Alle Kommentare sind sofort freigeschaltet. Es kann also wirklich jeder kommentieren, auch wenn er jetzt keinen Account hier bei Blogger, bei WordPress oder whatever hat. Ihr könnt kommentieren und zwar möchte ich von euch, dass ihr mir einmal den Blog-Link oder den YouTube-Link von eurem Lieblingsblogger oder eurer Lieblingsbloggerin in die Kommentare postet und mir verratet, warum gerade er bzw. sie diese Eden-Trilogie, dieses Geschenk, dieses Danke von euch verdient hat. Da postet mir die Kommentare voll. Ich freue mich sehr zu lesen, wen ihr so gerne guckt, welche Blogs ihr gerne verfolgt und lest und werde mich da dann selbst auch ein bisschen durchklicken. Am 31.12.2014 um 23.59 Uhr endet dieses Gewinnspiel. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, mir einen Kommentar zu hinterlassen. Bitte schaut auch direkt nochmal auf den Blog in die Teilnahmebedingungen, dass ihr nichts vergesst und dass wirklich euer Kommentar auch die volle Gültigkeit hat. Ich werde auslosen nach dem Zufallsprinzip und dann mich mit euch nochmal in Verbindung setzen. Es wäre toll, wenn ihr mir vielleicht in eurem Kommentar noch eure E-Mail-Adresse hinterlasst oder wenn ihr das nicht möchtet, dann schickt sie mir auch gerne per E-Mail, wenn sie nicht unbedingt öffentlich im Internet stehen soll. Und dann melde ich mich bei euch, solltet ihr gewonnen haben. Und dann schauen wir mal, wie wir dann eure Lieblingsbloggerin, euren Lieblingsblogger überraschen können. Auch ich möchte jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, Danke zu sagen, von Herzen Danke an euch, an meine lieben Zuschauer, an die lieben Leser, einfach zusammengefasst an alle meine lieben Blubberfreunde, die mich im vergangenen Jahr so tatkräftig unterstützt haben. Ein ganz besonderer und großer, dicker, fetter Gruß geht an meine Jungs und Mädels vom Stuttgarter Bücher- und Blubberstammtisch. Denen zum Beispiel auch Thomas Thiemeyer angehört und der uns mit der verbotenen Edentrilogie hier eine große Freude gemacht hat und auch viel schöne Lesezeit beschert hat. An euch geht ein ganz, ganz großes Dankeschön raus. Ich bin so glücklich, dass ich euch an meiner Seite habe, dass ihr immer so fleißig zu den Stammtischen kommt und dass aus schönen Blogs bzw. den Personen dahinter richtige Freunde geworden sind im vergangenen Jahr. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit mit euch. Ich freue mich auf das kommende Jahr mit euch und natürlich auch mit euch, liebe Blubberfreunde, die ich euch noch nicht kenne oder nur virtuell kenne. Es ist schön mit euch. Passt gut auf euch auf. Kommt gut ins neue Jahr. Ich schicke euch viele Knutscher und viel Spaß hier beim Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr gewinnt alle. Nein, alle könnt ihr natürlich nicht gewinnen, aber ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Empfehlungen, auf eure Lieblingsblogger und Vlogger. Hinterlasst mir ganz viele Kommentare. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Einschalten. Viel, viel, viel Glück und bis bald. Ciao. Bis bald. Bis bald.